Sportbund Rheinland Am Samstag mit Ringen. Dort stehen die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Jugend im Freistil auf dem Plan. Das Ganze findet in der Greichsporthalle H1 in Montalbauer ab 10 Uhr statt. Und am Sonntag geht es in Trier weiter. Die Pro A im Basketball steht auf dem Plan. Die Gladiators aus Trier empfangen die Mannschaft aus Heidelberg. Los geht es um 17 Uhr, wie eben schon erwähnt, in der Arena in Trier. Und am Samstag geht es zu unserem Aktiv-Tipp nach Altenkirchen. Dort findet der Boulder Cup statt. Los geht es ab 11 Uhr im SRS Sportpark in Altenkirchen. Und das waren sie wieder, unsere Sport-Tipps vom Sportbund Rheinland. Bis nächste Woche.